Ramor fragt Pete Smeet. Wer hat nach eurer Meinung die lustigste Lache von euch? Ja, Christian, hau mal auf. Peter, auf jeden Fall. Wenn Peter loslege, kann ich nicht mehr. Ich finde Christian noch einen kleinen Ticken ansteckender, also noch besser als Peter, ja. Ich hab tatsächlich auch Christian hier, weil Christian, wie gesagt, haben wir ja manchmal so eine Tales-Geschichte, da fing er an zu lachen, da muss ich auch lachen und das war lustig, obwohl ich den witzig verstanden habe. Ich bin eindeutig für Bram, denn wenn der Chinese da ist, sind alle da. Ich bin tatsächlich auch für Bram, oder Jay, aber Jay lacht halt nie so herzlich, aber dafür halt wie so ein Assi und das finde ich immer lustig, ehrlich gesagt. Aber Bram ist trotzdem noch besser. Also Peter ist nicht für Peter. Tut mir leid. Untertitelung des ZDF, 2020